Über die Frontzapfel wird eine leistungsstarke Kolbenpumpe angetrieben, mit der man mit hohem Druck und entsprechender Wassermenge dann die Kanalisation reinigen kann. Außerdem haben wir hier so etwas wie einen Elefantenrüssel. Was hat es denn damit auf sich? Das Fahrzeug hat einen großen Rüssel dranhängen, der dient auch zum Saugen. Es ist nämlich ein Kanalspül- und Reinigungs- und Sauggerät mit einem Aufbau hinten von ca. 7000 Liter. Fassungsvermögen, was man hier sieht, verantwortlich für diesen ganzen Aufbau, ist die Firma Leistico, die diesen Aufbau realisiert hat. Warum ist es ein langer Landstand? Ganz einfach deswegen, hier möglichst viel Fassungsvermögen und möglichst viel Aufbaulänge auf dem Fahrzeug zu haben und gleichzeitig trotzdem eben die Gerätenträgereigenschaften zu bekommen. Auch dieser Aufbau ist als Wechselaufbau aufgeführt. Wir sehen es hier, Aufbau auf dem Kugelfrug. Und wiederum der Vorteil, es lässt sich abbauen, es lässt sich wechseln. Und auch dieses Fahrzeug, dieses Kundenfahrzeug, wir sehen es hier schön am Aufdruck auf der Tür, ist auch im Winterdienst im Einsatz. Und man kann ihn eben für verschiedene Einsatztrecke dann verwenden. Zum Beispiel auch für das Reinigen, Hochdruckreinigen, du hast es gerade schon gesagt, mit einer Hochdruckplanze, die in der Front angebaut ist. Den Tank kann man nicht nur für Schmutzwasser, sondern natürlich auch zum Frischwassertransport nutzen, so dass wir hier wieder mit einem Fahrzeugkonzept verschiedene Einsatzmöglichkeiten finden. Untertitelung des ZDF, 2020